ich viel verloren hat an Gebäuden vor allem und Einheiten verfickte Nexus Ding ich kann ihn nicht ausstehen ich mag ihn jetzt schon nicht hey ich hab gesagt er soll da runter gehen ich mag doch nicht mit meinen guten Einheiten gleich reinfahren ich trau das daran noch nicht so ganz deswegen baue ich erst mal hier oben ein bisschen luftabwehr und dann baue ich da oben gleich noch so Reparaturplattformen ich trau das daran nämlich einfach nicht äh nein, nein, nur normale ich hab nur neun Minuten Konstruktion abgeschlossen ok, ich glaube wenn ich in die Basis laufe dann wird der Timer auch zurücksetzt wohin auch immer also kriege ich den richtigen Timer erst deswegen schaue ich mich erst mal ein bisschen auf der Karte um was haben wir schon zu verlieren außer unserer Einheit und unseren Sieg hopp, lasst mal weg ich sollt wegblasen oh Gott Basen und warum fährst du nicht weg oh shit ganz ungesund, ganz böse ihr sollt da wegfahren, hallo hallo was was zur Hölle soll der Scheiß was soll denn der Scheiß jetzt, warum fahr die nicht weg ok ok Missionstimer aktiviert ok dann fahrt ihr eben nicht boah, ich muss irgendwas denn dann nehmen mal da Konstruktion abgeschlossen ok, dann fahr mal erst mal da rauf und schauen was da noch ist boah, die können uns von da schon wieder angreifen na klar warum nicht ok, wir erscheinen erst mal hier die Basis weg ein oh Gott, da oben ist schon wieder die andere Basis boah, warum ne, fährt nicht mehr weg was ist das für eine Scheiße ach nein, das war der falsche Spielstand dann warte ich halt eben bis was weiß ich ja, Moment, dann brauche ich das gar nicht zu bauen gute Idee, ne ich habe eins zugewiesen ich habe drei gut obwohl ich könnte das nö, brauche ich dann gar nicht ja, wenn nicht, ich habe den Spielstand ja noch alles klar solange wir jetzt wieder zur Scheiße kommen wie Einheit übernommen neutralisiert was ever auch immer und, ach, fick dich ins Knie wo ist der Rei oh Gott oh, was zur Hölle äh 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 wie äh wo äh äh was ist mit der Gruppe 3 da oben okay Moment äh erst mal alles ordnen hier neue Fabriken bauen und so jetzt muss ich da unten mal Gebäude aufbauen aber egal ich habe meine Einheiten wieder ich bin unbesiegbar nun ich bin nun unbesiegbar ihr zwei baut einen neuen Hangar nein Hangar V2L Fabrik wieso kann ich denn das immer hinbauen fick dich ihr verfickten fix fix verfickten Gott sage ich heute oft verfickt oder bitte ich mir das bloß ein ne ich glaube ich sage wirklich heute so oft verfickt ne gut es ist auch eine verfickte Scheiße ach wie geht die fick fick whatever so ihr zwei baut mal hier so was macht ihr drei ihr zwei baut ein neues Forschungslabor und zwar wieder hier hin du baust mal hier Ölquellen genauso wie wieso fährst du nicht los ah jetzt Einheit verloren wo was ihr seid doch selten dämliger vollidioten selten dämlich ach müssen wir gissen mit äh Forschung was was soll denn das fang an zu forschen Konstruktion abgeschlossen ok fang nochmal neu an zu forschen Konstruktion abgeschlossen woher was so fantastisch fahr da rauf nein das geht so nett ich sag ab sofort zwei zwei fährt da hin ach Gott ich muss euch ewig viele Einheiten jetzt zuweisen naja das war wieder der falsche war ja klar so und zwei fährt jetzt mal da runter damit ich erstmal sehe was es überhaupt noch so gibt Konstruktion abgeschlossen Energieressort braucht es da jetzt mal was oder wie oder wann oder wo oder wer oder überhaupt so und damit das Ganze jetzt ein wenig schneller vonstatten geht und wir hier ein wenig Bums reinkriegen und auch wenn wir gegen offensiven starten können bauen wir hier erstmal Artillerie und da noch zwei Konstruktion abgeschlossen so und du baust du baust auch Artillerie ne ja du baust auch Artillerie und hab ich da jetzt überhaupt die richtige hingesetzt nein ich hab die falsche gebaut ja ich will doch die Feuer die mir richtig Bums hinter dem Rohr haben die hat Bums im Rohr deswegen will ich dich oh Gott sie lassen mir nicht mal genug Zeit mir irgendwas aufzubauen diese Arschlöcher egal alles ist gut boah die Karte wird immer größer egal wir haben eine gut gesicherte Basis fantastisch fantastico wo ist mein Commander hier weiß zu und fahr da runter endlich meine guten Einheiten hab ich alle noch oh meine ganzen Heroes die muss ich nachher dann recyceln und zu besseren Einheiten machen Konstruktion abgeschlossen und ihr was baut ihr ihr könntet hier oben was bauen ja euch hab ich ja noch geil geile Scheiße ihr rüstet auf nein nicht reparieren oder das könnt ihr nachher machen rüste das mal auf wieder warum stehst du da rum faules Schwein nix so dunne oder was ich kann halt echt keine VDL-Fabrik mehr bauen warum nicht mehr warum muss ich das erst wieder wegreißen oder was ne bestimmt nicht die baue ich die baue ich wo baue ich denn die kann ich die da noch hinbauen ah ich kann sie ganz oben hinbauen oder ja da ist noch Platz du fährst mal ganz rauf hier ist alles unter Kontrolle gut 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 und eins steht ja immer noch da boah wie scheißendämlich ich hab Mörser oh auch nicht schlecht Konstruktion abgeschlossen gut gut man 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 seid ihr so scheißendämlich oder was gut gut kommt fahr dann auf da lass ich lieber noch so Moment äh ihr zwei rüstet weiter auf Konstruktion abgeschlossen ihr zwei rüstet auch weiter auf ihr seid fertig so wenn ich da jetzt ein Radar-Turm hinbaue schießt mal Artillerie auf den Feind oder nicht reicht das schon aus wer weiß das schon probieren wir es aus wir bauen ihn mal bauen ihn mal mal da hin und schauen einfach was passiert vielleicht hat er die eine oder andere die oh wo fahrt ihr denn hier hin ja hallo oh god die Reparaturplattform ist noch da oben scheiße so jetzt aber wieder zurück ihr voll idioten Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen ich brauch sofort zwei von diesen Dingen nein hör auf zu reparieren das ist eh Schrott ich brauch Platz für ah ja ich hab Platz was anderes wäre die Basis da unten wohl nicht zu gebrauchen schein oder so komm merkt die Dinger in die Luft muss erst mal wieder alles da hier bisschen unter Kontrolle kriegen mhm Forschung läuft noch läuft gut ihr seid fertig alles klar dann repartiert er da mal ja ja repartiert erst mal alles wieder noch was was kaputt ist ich seh grad mal nichts was ist noch kaputt was muss ich noch repartieren was ist nix gut vielleicht in meiner Hauptbasis Hauptbasis genau epische Hauptbasis Gott ich verliere unten Einheiten machen aber wieder nix die faulen Schweine wie weit seid ihr da unten habt ihr mal das erste oh Gott die jagen schon wieder alles in die Luft achso hier baut ihr noch das naja scheiße so jetzt wieder da umschalten obfeuert ja es dauert jetzt ein bisschen ich bin nämlich grad leicht muss noch mal ein guter Commander mal richtig guter gut ich muss ja erst nur die Ordnung schaffen sonst wird es nix oh fahr dir denn hin und wo fährst du schon wieder hin da unten ist auch eine Temperaturplattform du Vollidiot du selten dämlicher ach es ist doch nicht wahr es ist einfach nicht wahr oder gut gut dass ich vorher drei Kraftwerke gebaut hab sonst hätte ich jetzt vier Ölquellen die nicht verwendet werden können und warum brauche ich eigentlich keine Flugzeuge geile Scheiße Konstruktion abgeschlossen ja ne lass mal gut sein hier aber der CB-Turm müsste doch normalerweise Flak ordnen wenn ich das richtig verstanden hab oder und dann zurückfeuern glaube ich hoffe ich sag mal was macht denn ihr warum warum fährst du immer noch da rauf da runde Vollspasten Idioten nee hopp fahr da mal weg da steht der Flak die schießen gleich zurück ja und jetzt fahre ich natürlich Einheit denn ohne Ende weil diese Vollidiot der fährt da lächst immer noch da rauf ich pack's einfach nicht so habt ihr da jetzt boah fangt halt mal an das zu reparieren Mensch so ihr baut hier Artillerie hin ich bau jetzt alles voll mit Artillerie warum auch immer danach baut er noch so einen CB-Turm da hin so Konstruktion abgeschlossen Schnauze ja boah wie viel Artillerie haben denn die viel zu viel auf jeden Fall und du fährst doch mal lieber ein Stück weg sonst wirst du auch in Stücke geschossen du hältst eh nichts aus weil du billiger Schrott bist aber ich hab grad nichts anderes und ich spiel immer noch im ultra langsamen Modus warum auch immer weil alles ultra langsam gehen muss äh oh der ist der ist gleich oben Gott Gott muss ich da noch viel umbauen und reparieren oder ach hör mir auf oh ist da alles ganz da ist alles da ist alles perfekt perfekt gut 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 jetzt habe ich oft genug gut 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 gesagt äh können wir langsam wieder aufhören das Gebäude wird angegriffen boah halt echt ne repariert lieber mal das schnell ok ich wollte wieder auf den normalen Modus umschalten ne äh ja gut es funktioniert mein Plan Konstruktion abgeschlossen es gibt ich brauche auch noch Luftabwehr stelle ich fest na kom 4 verpisst euch mal nein 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 ja du Perfektion abgeschlossen.